Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Nach, ich weiß nicht, nach einer langen Zeit, wo ich wieder spiele, habe ich mal wieder Bock drauf auf Rainbow und, ja, ich habe auch immer Bock wieder auf Rainbow. Äh, ja, dazu, ähm, ja, Staffel 3 ist, glaube ich, um 4 oder 5 Folgen beendet und dann wird erstmal eine kleine Pause gemacht, sind ja schon insgesamt 3 Staffeln gekommen, die 3. Staffel haben wir, äh, die 1. Staffel haben wir eben halt nirgendwo. Untergebracht, also, ich meine, jetzt so ganz am Anfang, so, äh, haben wir ja gemacht, äh, habe ich nirgendwo untergebracht. Ähm, aber hier muss man ja gucken, Rainbow, ja, also die 3. Staffel ist dann in circa, also, jede Staffel hat ja so 15 bis 20 Folgen. 15 mag, minimal, aber maximal sind eben halt 20, weil das ist so eine Staffel, also die Serie hat ja auch meistens nicht mehr als 20, äh, folgen. So, ne, und dann kommt eben halt schon die nächste Staffel, meistens. Das ist bei uns eben halt ja dann auch der Fall, also, äh, jede Staffel hat 15 bis 20 Folgen, weil eine Fernsehserie auch so viel hat. Und deswegen, ähm, wir spielen heute auf Oregon, Bereich sichern, wie immer, wir haben das ja eingestellt, weil Bombo und so mag ich nicht so besonders, wenn ich alleine bin. Aber, ähm, ja, und für alle, die jetzt gerade als zum aller, äh, zum allerersten Mal einschalten, ich bin der Major Swift oder einfach Dennis genannt. Und ich bin immer so ein Gamer, der einfach, äh, jedes Spiel zockt und ein paar Projekte macht. So, nebenbei haben wir eben halt auf unserem, äh, hab ich eben halt auf meinem Channel, Arc Survival, Evolve, äh, Evolve, eben halt Rainbow, wie gesagt, schon seit 3 Staffeln. Wir haben, äh, wir haben mal Payday gezockt, wir haben mal Battlefield 4 gezockt, Battlefield 1, sind alles so die Spiele, die wir spielen wollen. Und, äh, Projekte wie, haben wir ja auch in Battlefield 4 gemacht. Das sind dann so wie Projekte, wie... One Player in Tourm, on, äh, on Cave. Äh, One Player in Cave, nicht on. Ähm, ja, oder wie jetzt gerade machen wir den Jurassic Park bauen. Äh, das ist ja auch mal wieder so ein Projekt, worauf ich eben halt echt Bock hab. Und, ähm, Bad auch schon bis November, also wenn ihr jetzt hier einschaltet, sind, äh, glaube ich schon, Folgen bis November, äh, schon live. Solos, Trap, Trenn. Ja. Kessel. Also, toll. Ja, ich hab immer noch Frustisch. Ich hab einfach mal zu verhören, ne? Das würde irgendwie mehr bringen, finde ich. Dann wüsstest du auf, wo du bist. Und... Ich schlägst gegen eine Wand. Ich würde da... Ich würde da eigentlich vergehen. Wenn du meinst... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, wie top! Der hat sich wirklich so übernommen wie... Finn Idiot. Sorry, aber... Wie... Dumm... Muss... einer eigentlich sein. Ich versteh's nicht. Sorry, aber ich versteh's leider nicht. Er hat doch gehört, dass er dort ist. Und das eigentlich... Dass er so oder so kommen wird, irgendwann. Kann man sich doch selber im Kopf nachdenken. Oh, der Kunde soll... Und nicht nur alles abschießen, was sich bewegt. Mehr nicht. Einmal bei der USA oder so. Was ist der? Du musst das ehrlich gesagt wirklich weiter weg machen. Kann ich ja nichts für. Ich muss das ja. Das war schon mal nichts. Nichts. Nicht in die Chem. Nichts. 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 Vielen Dank. Oh mein Gott, sorry, aber ehrlich jetzt... Oh mein Gott, was für ein scheiß Team. Oh Gott, das ist nichts. Ja, ich bin ein bisschen müde, merkt man vielleicht. Äh... Mit dem Gerät... Wann habe ich irgendjemand mit dem Gerät getötet? Ist Tachank eigentlich auch ein Gerät? Ja, muss ja. Das wird sonst sein. Klar ist es ein Gerät, aber ich meine jetzt... Hey... Naja... Ob ich es auch als Kill zähle? Ob ich es auch als Kill zähle? Eigentlich hatte ich nur Clubhouse eingestellt, aber naja... Klappt ja meist... Klappt ja meist nicht so, wie man möchte. Klappt ja meistens... Klappt ja meistens... Klappt ja meistens... Klappt ja meistens... Das ist klar. Stop, come. Ich weiß leider nicht, ob... Äh... So, ich geh mal nach Drohne. Äh... Wo ist das denn? Äh... So, ich geh mal nach Drohne. 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 Ups! Sehr nett, Mann, Leute! Danke, n***! Egal. Gibt ein zweites Match, diesmal deswegen. Weil wir nur Idioten hatten. Ohne Scheiße, wie dumm kann man eigentlich sein? Man hört, dass er rechts ist! Äh! 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 Ich geh mal mal irgendwo anders hin! Warum kann er... Warum? Kanal ist scheiße. Äh... Ach, Mann. Ich hatte einmal immer nur Flugzeug, Flugzeug flugt. So, egal. Okay, nah. Sorry, mag ich nicht. Ehrlich jetzt, sorry, aber wir... Nimm ne andere. Ich mag die... Ich mag die Map jetzt nicht. ... ... Das Band ist nun auch nicht viel besser. Oh, naja. Das ist jetzt echt nicht viel besser. Das ist... Das ist nichts. Du hörst ihn doch, wird ne, verkackt. Gott, ey. Das war aber schlecht. Ohne die Scheiße, wie schlecht war das? Das ist kein Bug. Das ist ein Glitch. Und ein Glitch ist... Das ist kein Bug, das ist ein Glitch. Das ist kein Bug, du, vollidiot. Das ist kein Bug, du, vollidiot. Das ist ein Bug. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up, you kidding. You're kidding. Buggy Soft. Buggy Soft, egal. Den Glitch kenn ich selbst. Das gibt es fast eigentlich auf jeder Map. Stattig in ein Tyra Masters. Äh, shit, so, dass es dorthin passt. Und fertig. Ja, klar. Dann mach ich auch. Auch schon. Mit dir vom Rush, der. Hey, warum komm ich? Oh mein Gott, Alter. Wie schlecht. Mein Gott, ey. I have a Bug. I have a Bug. Äh, äh, äh. Gott, ey, die sind ja noch schlechter als die vorherigen. Gott. Okay. Gott. Gott. Ich bin für den Halbwurm. Oh, wow. Ihr seid hier so toll. Hilfst euren eigenem Team nicht. Das ist, ja, ich bin für die im Team. naja ist klar natürlich sonst werden mein gott sieht man wie schlecht leute sein können doch nicht in seine rache bekommen heißt freitiger du hättest bekommen können aber nein einfach weil er so dumm ist dumm kann man eigentlich sein digger ich sehe ihn schon noch ne so was macht er ja we come back man yet let's make come back you come back Klar mache ich das nicht, bin ja nicht dumm. Ups. Hä, wie dumm bist du eigentlich, man? Idiot-Fan. Ups. 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 Vielen Dank.